Musik 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 Ähm Glitzer Du hast mir einen Kommentar geschrieben wegen den Pflichtaufgaben und so weiter Ähm Aber schau mal wenn ich da jetzt draufklicke Null Kommentare Ähm Hast du es vielleicht nochmal gelöscht? Ähm Wenn ja dann schreibt es bitte unter diesem Video und löscht den Kommentar nicht falls du diesen gelöscht hast Ansonsten machst du ihn nochmal oder wenn du ihn noch nicht nochmal machen möchtest nehm ich einfach die Sachen die ich hier sehe also von 1 bis 3 die 4 kann ich nicht mehr machen weil man kann ja nicht du musst machen Na gut Tschüss Tschüss